ein klares Regelwerk für die Energiewende. Wenn das nicht da ist, werden wir nacheinander in der Energieerzeugung die einzelnen Energieträger in eine unmögliche Situation bringen. Und dann will ich so deutlich sagen, das Agieren von Baden-Württemberg und Bayern hilft uns nicht gerade dabei, eine Energiewende umzusetzen. Allein die Diskussion um den Leitungsausbau wird geplante politische Zeiträume um fünf bis acht Jahre verlängern. Und meine Damen und Herren, ich halte das für unverantwortlich, wenn solche regionalen Interessenkonflikten bundespolitisch eine solche Rolle spielen, dass ein gesellschaftlicher Diskurs, der dringend notwendig ist, weiter verzögert wird. Das ist im Prinzip aus meiner Sicht unverantwortlich und insofern sollte das auch festgehalten werden. Drittens, wir werden die Braunkohle, und das haben wir immer gesagt, wird mittelfristig eine tragende Rolle spielen müssen. Und weil das so ist, bin ich sowohl der Landesregierung als auch den Fraktionen, die sich daran beteiligt haben und allen Akteuren dankbar dafür, dass wir jetzt die Sicherheit haben, in weiteren Gesprächen und politischen Weichenstellungen den Stur-Tumor-Wandel in der Lausitz fortzusetzen. Wir sollten doch nicht so tun, als wenn er gerade erst begonnen hat. Meine Damen und Herren, Sie wissen genauso gut wie ich, dass neben der Energieerzeugung in der Lausitz wir industrielle Kerne in der Lausitz haben, wir haben eine funktionierende mittelständische Wirtschaft und wir haben hoch innovative Unternehmen. Und das nicht erst seit vorgestern, sondern das seit Jahren. Und dass wir da auch seit Jahren mit der Politik unterstützen, dass dieser Strukturwandel vorangeht, das ist doch auch offensichtlich. Und Herr Ohmeyer, was ich überhaupt nicht verstehe, aber Sie sind jahrelang dabei. Sie wissen, dass die ZAP massiv und intensiv in der Lausitz unterwegs ist. Sie wissen, dass die ZAP zusammen mit der Sächsischen Wirtschaftsfördergesellschaft sogar zur Entwicklung einzelner Gebiete vertragliche Beziehungen eingegangen ist. Sie wissen, dass die BTU Cottbus umstrukturiert worden ist. Und Sie wissen, dass wir Handwerk und Industrie als auch Mittelstand in der Lausitz seit Jahren unterstützen. Und insofern weise ich ganz einfach Ihre Auffassung vom angeblich Nichtstun der Zukunftsagentur Brandenburg zurück. Weil das ist schlicht und ergreifend falsch. Und meine Damen und Herren, auch an dieser Stelle möchte ich mich an einen Punkt in die Debatte, ich sage mal, noch mal weiter einschalten. Und zwar, es geht nur um das Braunkohlesanierungsabkommen. Herr Bischof und andere wiesen darauf hin. Meine Damen und Herren, wenn der Bund jetzt aussteigt, dann geht es nicht nur darum, um die klassische Sanierung. Wir alle wissen, dass die Modelle des Grundwasseranstiegs in den 90er Jahren nicht so eingetroffen sind. Und wir werden mit dem Problem allein des Wassershaushaltes noch 20, 25 Jahre, ich sage mal, uns zu beschäftigen haben. Und zwar nicht nur in der Region Lausitz, sondern, ich sage mal, im gesamten Land Brandenburg. Und ich halte diese Diskussion für unverantwortlich, weil neben dem Strukturwandel, neben, ich sage mal, der Sicherheit mittelfristig, der Förderung von Braunkohle und ihrer Verstromung, ist natürlich auch die Frage der Sanierung ein Grundproblem des Strukturwandels. Und der kann nur gemeinsam angegangen werden. Das war zumindest im Einigungsvertrag mal so vorgesehen. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich eine letzte Bemerkung machen. Ich gehe einfach davon aus, dass wir mit der Entscheidung jetzt die Grundlage haben, A, die Energiestrategie 2030 zu überarbeiten. Zweitens, dass wir in eine Situation kommen, ich sage mal, noch verstärkter den Strukturwandel mit der Region zu gestalten. Und ich teile die Auffassung zur Rolle der Innovations-GmbH, wo endlich alle Akteure in der Lausitz zusammengefasst sind und wir Ansprechpartner haben, mit denen wir agieren können. Und meine letzte Bemerkung. Es gibt einen Antrag der Grünen, einen Schließungsantrag. Und da habe ich mich gefragt, als ich den gelesen habe, warum stellen Sie den? Sie kennen den Paragrafen 56 des Bundesberggesetzes. Und Sie wissen ganz genau, dass unsere Behörde, die dafür zuständig ist, also das Landesbergbauamt, schon jetzt darauf achtet, dass die Sicherstellungen, dass die Rückstellungen zur Sanierung werthaltig sind. Eine Insolvenzgefahr sozusagen abzuwenden mit Rückstellungen geht über den 56 nicht. Das wissen Sie auch. Und warum fordern Sie das denn und bauen, ich sage mal, zum zweiten Mal oder zum wiederholten Male eine Kulisse auf, die politisch und inhaltlich nicht umzusetzen ist? Wir sind uns doch einig, dass die Werthaltigkeit gesichert werden muss der Rückstellungen. Das ist doch völlig korrekt. Aber das geht nicht über dieses Instrument. Und ich darf sagen, dass unser Werkbauamt seit Jahren darauf achtet, dass die Rückstellungen werthaltig sind. Und zwar im Rahmen dessen, was sie sein kann. Vielen Dank. Applaus